Ich hasse Joggen und Tour de France finde ich unglaublich langweilig. Ich mache Bogenschießen. Ich laufe also gern durch den Wald mit einem normalen Bogen und schieße da mit Pfeilen auf kleine Plastiktiere. Und das macht richtig viel Spaß. Oder auf Luftballons. Luftballons sind fast noch besser. Das ist ein bisschen wie Kindergeburtstag. Ich musste immer am Tor stehen. Mein Lieblingswitz zurzeit. Was liegt am Strand und ist schwer zu verstehen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Weißt du, ich war verrückt nach dir. Und ich wollte echt gern mit dir schlafen. Irgendwann mal, aber nicht gerade mit 15. Und als du dann Schluss gemacht hast, weil du hast mit mir Schluss gemacht, weil ich ja angeblich zu verklemmt war, da habe ich geweint und ich habe dich gehasst. Und als mich dieser Schleimscheiße dann angemacht hat, da war ich einfach zu fertig, um ihn abzuweisen. Es war keine Vergewaltigung, weil ich sagte, okay, aber es war nah dran. Ich hatte bis nach der Uni kein einziges Mal Sex, was mir so zuwider... ...